Technische Beschreibung Lohe Eingang des Klopfsensors 2er Bank 2 Was bedeutet das? Dieser Diagnosefehler-Code DTC ist ein generischer Antriebsstrang-Code, der für Fahrzeuge mit OBDI-Ausstattung gilt. Obwohl generisch, können die spezifischen Reparaturschritte je nach Marke-Modell variieren. Ein Klopfsensor teilt dem Motocomputer mit, wenn einer oder mehrere Zylinder ihres Motors klopfen, DH das Luft-Kraftstoff-Gemisch auf eine Weise explodieren, die weniger Leistung liefert und den Motor bei längerer Lebensdauer beschädigen kann. Der Computer verwendet diese Informationen, um den Motor so einzustellen, dass er nicht klopft. Wenn ihr Klopfsensor an Bank Nummer 2 eine niedrige Ausgangsspannung, möglicherweise unter 0,5 V, erzeugt, wird ein P0332 DTC ausgelöst. Dieser P0332-Code wird möglicherweise zeitweise angezeigt oder die Service-Engine-Anzeige leuchtet konstant. Andere klopfsensorbezogene DTC-Codes umfassen P0325, P0326, P0327, P0328, P0329, P0330, P0331, P0333 und P0334. Symptome, möglicherweise stellen sie Probleme mit dem Fahrverhalten fest, einschließlich der Drehzahl des Fluktuationsmotors, eines Leistungsverlusts und möglicherweise eines gewissen Zögerns. Es können auch andere Symptome auftreten. Ursachen, mögliche Ursachen für einen P0332 DTC sind, ohne darauf beschränkt zu sein. Der Klopfsensor ist defekt und muss ersetzt werden. Es liegt eine Verkabelung offen kurz fehlerhaft im Klopfsensorkreis vor das PCM-ECM ist ausgefallen. Mögliche Lösungen. Überprüfen Sie den Widerstand des Klopfsensors. Vergleichen Sie ihn mit den Werksspezifikationen. Auf gebrochene ausgefranste Drähte prüfen, die zum Sensor führen. Überprüfen Sie die Verkabelung und die Verbindungen zum vom Klopfsensor und PCM-ECM. Stellen Sie sicher, dass die richtige Spannung den Klopfsensor erreicht, zum Beispiel 5 Volt. Überprüfen Sie die ordnungsgemäße Erdung von Sensor und Stromkreis. Ersetzen Sie den Klopfsensor. Ersetzen Sie das PCM-ECM. Ersetzen Sie das PCM-ECM.